Was ist eigentlich ein VPN und wie richtig ist ein? Die Antworten gibt es jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einem Fritz-Zeit rund um das Thema VPN. Wir möchten darüber reden, was VPN-Verbindungen sind, wie man sie einrichtet, wann man sie nutzen kann und starten direkt mal erstmal eine Differenzierung. Ihr kennt ja vielleicht auch VPN-Dienste im Internet, diese Anonymisierungsdienste, wo ihr euch anmelden könnt. Das kostet in der Regel pro Monat ein bisschen Geld und dann könnt ihr halt anonym im Internet surfen. Wir reden über die VPN-Verbindungen, die ihr selber nutzen könnt, um zum Beispiel von unterwegs sicher auf euer Heimnetz zuzugreifen oder euer Fritzbox-Netzwerk mit einem anderen zu verbinden. Und genau dafür brauchen wir auch so ein VPN. VPN steht ja für virtuelles, privates Netzwerk. Also wir arbeiten wie in einem privaten Netzwerk, aber nutzen dafür das öffentliche Internet. Und virtuell-privat betrifft zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich halt eine Sicherheit habe, als wäre ich im privaten Netz. Also ich nutze zwar dieses unsichere Internet, aber kann trotzdem sicher Daten übertragen. Aber privat heißt natürlich auch, dass ich überhaupt auf mein Heimnetz zugreifen kann. Denn innerhalb des Heimnetzes nutzen wir auch sogenannte private IP-Adressen. Guckt euch da gerne unseren Fritz Tech zum Thema NAT und IP an. Und auf so eine private IP-Adresse kann ich aus dem Internet ja per se erstmal gar nicht zugreifen. Ich kann ja, wenn überhaupt, nur auf die Fritzbox zugreifen, wenn die erreichbar ist. Und beim virtuellen, privaten Netzwerk, da bin ich dann aber wie im privaten Netzwerk drin und kann eben auch direkt zum Beispiel auf die Adresse von dem Notebook zugreifen und muss nicht den Umweg über eine Portfreigabe in der Fritzbox gehen. Und das nochmal zur Abgrenzung. Ihr könnt natürlich auch sagen, wenn ihr sagt, ich habe hier einen bestimmten Dienst auf dem Notebook laufen, da möchte ich aus dem Internet zugreifen, könnt ihr diesem Dienst ja diese Anwendung in der Fritzbox freigeben. Das heißt, ihr schickt eure Anfrage an die Fritzbox. Die Fritzbox erkennt das und sagt, prima, das muss ich intern an das Notebook weiterleiten und ihr könnt diese Freigabe nutzen. Kann man machen. Ist relativ kompliziert, wenn man viele Dienste nutzen will oder auf viele Geräte zugreifen will. Dann müsst ihr sehr viele Portfreigaben einrichten. Und vor allem immer noch mal überlegen, Portfreigabe bedeutet, jeder im Internet kann diese Freigabe nutzen. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Dienst auf meinem Notebook in der Firewall der Fritzbox freigebe, dann hat prinzipiell jeder Internet-User die Möglichkeit, auf diesen Dienst zuzugreifen. Und ja, der Zugriff wird nur dadurch verhindert, dass ihr hier irgendwie ein Kennwort vielleicht drin habt. Deswegen, wenn es um private Anwendungen geht, dann würde ich doch eher zu einem virtuellen, privaten Netzwerk greifen. Und wie funktioniert das jetzt? Das virtuelle private Netzwerk baut eine Verbindung zwischen zwei Internet-Teilnehmern auf, also zum Beispiel zwischen meinem Handy und der Fritzbox erst mal. Und dann kann ich über diese Verbindung gesichert Daten übertragen. Das heißt, Verschlüsselung ist ein Thema. Und ich kann über diese Verbindung aber direkt in das Heimnetz reingelangen. Und deswegen reden wir da auch von Tunnelprotokollen. Kann man sich wirklich so vorstellen. Da wird halt ein Tunnel durchs Internet gebaut. Und durch diesen Tunnel kann ich dann auf mein Heimnetz zu Hause zugreifen. Und außen an der Tunnelwand prallen die ganzen bösen Angreifer ab. Es gibt diesen Tunnel natürlich physisch nicht. Das sind nach wie vor Pakete, die übers Internet verschickt werden, ganz normal. Aber sie sind eben auf eine Art und Weise gesichert, dass Unbefugte sie nicht nutzen können, nicht darauf zugreifen können. Und die eigentlichen Pakete, die ich Richtung Notepunkt schicke, werden nochmal in neue Internetpakete von meinem Handy bzw. der Box eingepackt und über das Internet geschickt. Das heißt, ich stelle hier eine Anfrage, ich möchte auf das Notebook zugreifen. Mein VPN-Client hier packt das in ein Internetpaket ein. Das Internetpaket geht zur Fritzbox. Die Fritzbox packt das aus, entschlüsselt ist und stellt fest, ah, da ist was drin, was ich dann an das Notebook schicken muss. Und so kann ich also tatsächlich direkt auf das Notebook zugreifen, als wäre ich im privaten Netz drin, obwohl ich irgendwo auf der Welt im Internet bin. Dafür gibt es verschiedene Tunnelprotokolle. Ein sehr weit verbreitetes ist das IPsec-Protokoll, IPsecurity. Das unterstützen wir schon sehr, sehr lange in der Fritzbox. Ich gehe einfach mal rein, wir können mal gucken. Das finden wir generell bei Internetfreigaben. Also da, wo ihr ja auch Portfreigaben einrichten könnt, wenn ihr das wollt, haben wir die Möglichkeit, auch VPN einzurichten. Und da sehen wir hier VPN-IPsec. Das machen wir schon lange. Und jetzt kommt ja gerade im Labor aktuell drin, VPN auch mit WireGuard dazu. WireGuard ist ein anderes Tunnelprotokoll. Und gerade für einfache Verbindungen bietet es den großen Vorteil, dass es sehr, sehr einfach einzurichten ist. IPsec ist ein Industriestandard. Wir sind prinzipiell kompatibel mit anderen Geräten. Also wir können zum Beispiel den IPsec-Client, der ja auch in Android drin ist, der im iPhone drin ist, direkt nutzen. Wir können uns auch mit anderen Routern verbinden. Aber ist auch relativ kompliziert von der Einrichtung her. Wir haben das schon so einfach wie möglich gemacht in der Fritzbox. Aber IPsec ist ein echt komplexes Protokoll. WireGuard ist eigentlich nur Verbindung anlegen. Fertig. Dafür wird ein WireGuard-Client genutzt. WireGuard-Clients gibt es für praktisch alle Betriebssysteme dieser Welt. Deswegen, ihr könnt halt nicht den eingebauten VPN-Client nutzen, aber ihr könnt euch einfach die kostenlose WireGuard-App installieren. Für iOS, für Android, für Linux, Windows, was auch immer ihr habt. Und könnt dann ganz einfach diesen WireGuard-Client nutzen und super einfach eine Verbindung aufbauen. Wir gucken uns das mal an. Schauen wir erstmal in das Thema IPsec rein. Wir müssen aber vorher noch ein paar Voraussetzungen klären. Das werden wir gleich sehen. Denn ich sage jetzt mal, ich möchte eine VPN-Verbindung hinzufügen. Hier gibt es jetzt generell erstmal verschiedene Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich möchte zum Beispiel einem Benutzer, also hier so ein Smartphone, den Zugriff gewähren. Ich möchte meine Fritzbox mit einem anderen Fritzbox-Netzwerk komplett verbinden, dass alle Geräte miteinander kommunizieren können. Oder dann gibt es hier noch diesen Spezialfall mit einem Firmen-VPN verbinden. Das ist so ein Trick, wo die Box sich wie ein Client bei der Firma anmeldet, damit alle, die sich im Netzwerk der Fritzbox befinden, auf das Firmennetz zugreifen können. Also eher ein Spezialfall. Und dann auch ganz aus der Historie, wenn man unser VPN-Konfigurationstool genutzt hat für die Verbindungseinrichtung, dann kann man das hier importieren. Die eigentlich wichtigen sind hier oben die beiden für einen Benutzer oder für ein Netzwerk. Ich gehe mal auf die Netzwerkverbindung. Und jetzt werde ich nämlich nach ein paar Sachen gefragt. Und das sind jetzt genau die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das Einfache ist hier oben ein Pre-Shared-Key. Das ist jetzt, wie die Verbindung gesichert wird mit einem Kennwort. Nur für den Verbindungsaufbau. Die eigentliche Verschlüsselung wird dynamisch immer wieder neu ausgehandelt. Aber nur für den Verbindungsaufbau brauche ich hier ein Kennwort. Das müsst ihr nirgendwo wieder eintragen. Das wird nur einmal hier hinterlegt und dann abgefragt. Das heißt, hier nimmt man natürlich irgendwas super Sicheres. Ganz wichtig ist, der andere, der die Verbindung bei sich in seiner Box einrichtet, muss natürlich das gleiche Kennwort verwenden, den gleichen Pre-Shared-Key. Sonst passt das nicht. Name der VPN-Verbindung. Das ist jetzt ja auch noch relativ einfach. Da kann ich vielleicht sagen, das ist mein Büro. Das Netzwerk, was im Büro ist oder zu Hause, wie auch immer. Und jetzt kommen die ersten Voraussetzungen. Ich brauche die Internetadresse der Fritzbox, der Gegenstelle. Und die Gegenstelle braucht natürlich meine Internetadresse. Internetadresse heißt also erstmal, wie bin ich erreichbar? Das kann eine feste IP-Adresse sein, wenn ihr die habt. Habt ihr in der Regel wahrscheinlich nicht. Also werdet ihr irgendeinen DNS-Namen nutzen, guckt euch gerne unseren Fritz-Tag zum Thema DNS an. Dyn-DNS, also im einfachsten Fall unseren MyFritz-Dienst, der einfach einen Namen, einen DNS-Namen einrichtet, der sich nicht ändert, der immer auf die jeweils aktuelle IP-Adresse verweist. Den könnt ihr nehmen, aber ganz wichtig, die IP-Adresse, die ihr bekommt, die muss erreichbar sein. Auch dafür haben wir einen Fritz-Tag gemacht. Guckt euch den auch gerne nochmal an. Und das ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Es gibt viele Internetanbieter, weil wir nutzen immer noch im Wesentlichen IPv4. IPv4, der Adressraum, ist verbraucht. Wir haben deutlich mehr Geräte als IPv4-Adressen. Und deswegen geben immer mehr Provider-Anbieter IP-Adressen raus, die nicht mehr aus dem Internet erreichbar sind direkt. Und dann hilft auch kein MyFritz, kein Dyn-DNS, wenn die Adresse nicht erreichbar ist, ist sie nicht erreichbar. Das ist wie wenn ihr ein Telefonbuch-Eintrag eintragen lasst mit euren Namen und irgendeiner Fantasienummer. Dann kann zwar jeder den Namen nachschlagen und findet diese Nummer, aber anrufen können sie trotzdem nicht. Weil wenn die Nummer nicht funktioniert, funktioniert sie nicht. Also ganz wichtig, Erreichbarkeit wie überhaupt und bin ich auch wirklich erreichbar. Dann kann ich hier reingucken, in der Regel wird das MyFritz sein. Da könnt ihr schauen, ich habe hier zum Beispiel MyFritz-Konto eingerichtet. Ich verwerfe jetzt nochmal ganz kurz die VPN-Konfiguration, schaue hier rein und sehe, aha, hier habe ich ja dann genau diesen MyFritz-Namen bekommen, der sich nicht ändert, der dann immer auf meine aktuelle IP-Adresse verweist. Das heißt, wenn ich mir den vorher einfach einmal kopiere, dann kann ich hier schon mal sagen, ich gehe wieder auf Netzwerk verbinden und kann schon mal sagen, ja, erstmal hier wäre diesen super geheimen Key, den ich einmal eintragen muss. Nach wie vor soll das meine Büroverbindung werden. Internetadresse dieser Fritzbox, mein MyFritz-Name. Dem anderen muss ich es natürlich auch mitteilen, pass mal auf, das ist mein Name. Und der sagt mir dann vielleicht auch, ja, und ich habe übrigens auch einen MyFritz-Namen, den habe ich mir jetzt natürlich gemerkt. Trag den hier so ein, den könnt ihr auch per Copy und Paste zum Beispiel aus dem MyFritz-Konto rausholen. Und jetzt weiß ich schon mal, wunderbar, so finden sich die beiden, weil jeder kann ja die Verbindung aufbauen. Wenn ich auf die andere Seite zugreifen will, baut meine Fritzbox auf. Wenn der andere auf mich zugreifen will, baut seine Fritzbox auf. Jetzt kommt die zweite wichtige Voraussetzung, nämlich, was für ein Netz erreiche ich denn dort? Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Alle Fritzboxen kommen ja standardmäßig mit dem gleichen IP-Netz, 192, 168, 178. Das funktioniert nicht, weil damit ein VPN funktioniert, wir wollen ja Daten über das Internet übertragen, müssen die Pakete erstmal Richtung Internet gehen. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite das gleiche lokale IP-Netz nutze, das ich verwende, dann denkt mein Notebook, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte hier auf ein bestimmtes Gerät zugreifen, dann erkennt es, Moment, das ist ja eine IP-Adresse, die sich in meinem IP-Kreis befindet, also versuche ich, dieses Gerät auch in meinem Netz zu finden. Und auch wenn es dann nicht gefunden wird, dann gibt es halt eine Fehlermeldung. Es muss also sichergestellt sein, dass das Paket überhaupt erstmal zur Fritzbox und Richtung Internet geht. Und die Voraussetzung dafür ist, dass unterschiedliche IP-Netze verwendet werden. Da ich hier eine LAN-Verbindung eingerichtet habe, nutzt meine Fritzbox eh schon ein anderes Netz. Ich habe die 188. Das heißt, ich könnte sagen, ja, die andere Seite darf ruhig dieses Standard-Fritzbox-Netzwerk verwenden. Also 192, 168, 178. Ganz wichtig, nicht die 1 eintragen, wie ihr die Fritzbox habt, weil ihr wollt euch ja nicht nur mit der Fritzbox verbinden, sondern mit dem ganzen Netz. Und die Netzadresse ist die 0. So, dann kommt ein ganz interessanter Punkt. VPN-Verbindung dauerhaft halten. Ich habe ja gesagt, eine Voraussetzung ist, dass die Fritzbox erreichbar sein muss. Wenn ihr zwei Fritzbox miteinander verbindet, da darf eine auch nicht erreichbar sein. Weil dann könnt ihr einfach Folgendes machen. Die Fritzbox, die nicht aus dem Internet erreichbar ist, die setzt diesen Haken und sagt, ich halte die Verbindung dauerhaft. Das heißt, wenn sie nicht besteht, baue ich sie ausgehend auf. Und wenn die andere Fritzbox erreichbar ist, dann ist das super, dann kann ich die Verbindung aufbauen. Und wenn die dann erstmal steht, kann sie auch in beide Richtungen genutzt werden. Geht aber eben nur von einer Seite aus, das heißt, eine Fritzbox muss mindestens erreichbar sein. Die, die nicht erreichbar ist, da könnte ich sagen, ja, halte die Verbindung dauerhaft. Ansonsten brauche ich den Haken nicht. Wie gesagt, wird bei Bedarf einfach jederzeit aufgebaut. Wenn ihr auf Netzlaufwerke zugreifen wollt, NetBIOS aktivieren, weil Windows nutzt nach wie vor NetBIOS für Windows-Laufwerke. Deswegen dann das aktivieren. Und dann gibt es hier noch ganz coole weitere Sachen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, es ist eher ein Sonderfall, wenn es jetzt so eine Kleinstniederlassung ist, dass er sagt, ich möchte sämtlichen Datenverkehr erstmal in die Firma schicken und dann da über eine Firewall weiterverarbeiten. Ansonsten braucht er es ja nicht. Nur bestimmte Geräte. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte zwei Netzwerke miteinander verbinden, aber vielleicht die Spielekonsolen von den Kits, die sollen das nicht nutzen dürfen. Oder andere Geräte. Und dann kann ich hier einfach das einschränken. Ich hake die Geräte an, die halt die Verbindung nutzen dürfen. Wenn ich diesen Haken nicht setze, dann dürfen es prinzipiell alle, wenn ich das hier aktiviere und neue Geräte ins Netz dazukommen, muss ich die auch erstmal wieder aktiv freischalten, dass sie die VPN-Verbindung nutzen dürfen. Dann kann man sogar auch noch sagen, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und den VPN-Tunnel nur auf bestimmten LAN-Ports zur Verfügung stellen. Also nur an Geräten, die dann wirklich da dranhängen. Kann ich hier also auch auf bis zu drei LAN-Ports beschränken und denen sogar ein eigenes IP-Netz geben, dass ich wirklich so eine Insel baue. So Homeoffice-Thema wäre das. Das sind die Möglichkeiten, die ich hier noch habe. Aber wenn ihr sagt, ich will einfach nur zwei Netze verbinden, dann braucht ihr da gar nichts weiter machen. So, das wird dann übernommen und fertig ist. Die andere Seite muss jetzt natürlich genau das Gleiche machen. Hier Sicherheitsabfrage, klar, VPN-sicherheitsrelevante Einstellung. Einmal bestätigen. Die andere Seite muss das Gleiche machen. Gleichen Pre-Shot-Key, Name ist egal, Erreichbarkeit im Internet. Und mein IP-Netz, ich habe ja gerade gesagt, die Gegenseite hat die 178 und man sieht hier schon, jawohl. Und mein lokales Netz ist ja die 188. Voraussetzung ist erfüllt. Ich habe unterschiedliche IP-Netze. Das passt. Das ist also die VPN-Verbindung zwischen zwei Fritzboxen. Gehen wir nochmal rein und schauen uns mal an, wenn ich jetzt einen Benutzer einrichten will. Nicht wundern, dann springt die Fritzbox in die Benutzerverwaltung, weil das ist super einfach. Ich sage einfach, ich lege hier vielleicht mal einen neuen Benutzer an, der jetzt VPN machen darf. Das ist dann der Gordon natürlich und der kriegt dann hier auch ein Kennwort. So, jetzt habe ich da irgendwie so ein kurzes Sonderzeichen. Das will ich natürlich nicht. Das hat jetzt so ein Kennwort. Das kann ich mir natürlich super gut merken, aber klar, es sollte ein sicheres Kennwort sein. Ich kann sagen, was darf der das machen? Darf der die Fritzbox-Einstellungen ändern oder aus dem Benutzer zugreifen und so weiter. Und hier unten ist die Sache VPN. Darf der VPN. Einfach einen Haken setzen. Das war's. Dann kann ich mir auch sagen, okay, zeig mir das mal an. Übernehme das wieder. Und jetzt kriege ich hier eine Anleitung, wie ich mein Android bzw. iOS einrichten muss. Und da nutze ich wirklich die eingebauten VPN-Clients von Android und iOS. Hier gibt es eine wichtige Neuerung. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt bei IPsec. Wie gesagt, das ist ein wahnsinnig komplexes Protokoll. Arbeitet mit dem IKE, Internet Key Exchange Protokoll. Da gibt es eine Version 2 von. Wir haben bis dato in der Fritzbox Version 1 unterstützt. Android setzt ab Version 12 für neu angelegte Verbindungen Version 2 voraus. Das ist jetzt gerade im Labor mit reingekommen. Das heißt, wir unterstützen jetzt auch V2. Das heißt, ihr könnt ganz normal diese Anleitung befolgen. Und ich kann es hier mal kurz zeigen auf dem Handy. Ich habe hier eine VPN-Verbindung schon mal eingerichtet. Also ich tippe das jetzt hier nicht ab, weil ihr seht, das ist im Wesentlichen wirklich Tipparbeit. Aber ich gehe einfach mal in meine Einstellungen rein und bei Netzwerk Internet und zeige mal bei VPN, dass ich hier einen Fritz eingerichtet habe. Und da sieht man IKE V2. In dem Fall habe ich eine feste IP-Adresse, die da angesprochen wird. Habe meinen Benutzernamen und den Pre-Shot Key. Den musste ich jetzt ja gerade nicht eintippen, weil der wird hier, sieht man hier, dynamisch erzeugt. Den muss ich jetzt halt hier dann nur abtippen. Und das war es. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich sagen, prima, das möchte ich dann zum Beispiel einfach mal aufbauen. Also mit Fritz verbinden sage ich, jawohl, verbinden. Verbindung wird hergestellt, verbunden. Ich bin jetzt mit der Fritzbox verbunden. Und könnte jetzt zum Beispiel in den Browser reingehen und gebe jetzt mal nicht fritz.box ein, weil dann lande ich im Zweifel auf meiner lokalen Fritzbox. Ich gebe jetzt die IP-Adresse ein und sehe also schon, 178. Wir erinnern uns, meine hat ja die 188. Also das ist definitiv nicht meine Fritzbox. Und könnte mich jetzt hier mit der verbinden. Und das ist tatsächlich auch ein anderer Name, anderes Kennwort, was ich hier eingeben muss. Und bin jetzt in dem Fall mit einer ganz anderen Fritzbox verbunden. Definitiv nicht mit der. Über VPN. Kann also auf die Fritzbox zugreifen. Könnt ihr jetzt natürlich auch auf irgendwelche Geräte zugreifen, die sich in dem Netzwerk befinden. Direkt mit einer Anwendung, mit einer App, mit der IP-Adresse, wie auch immer. Das ist also IPsec. Man sieht, man muss da schon ein bisschen manuell einrichten. Man muss auch hier und da mal was abtippen. Das ist halt ein recht komplexes Protokoll. Wir haben es so einfach wie möglich umgesetzt. Aber es ist so. Schauen wir uns mal WireGuard an. WireGuard ist hier nun ganz neu. Wie gesagt, super easy. Ich brauche halt nur den Client. Und hier kommen noch mal so ein paar Informationen. Man sollte sich erstmal halt entsprechend die App installieren. Eine MyFritz-Adresse wird benötigt. Habe ich ja. Thema Erreichbarkeit im Internet. Weil auch das ist hier natürlich nach wie vor Voraussetzung. Und ich sage mal, ich möchte eine Verbindung hinzufügen. So, die vereinfachte Einrichtung reicht mir hier. Ich habe keine speziellen. Man kann das doch ein bisschen speziell machen. Sag einen Namen. Sage ich jetzt einfach mal, das ist Gordon WG. Nicht, weil ich in der WG bin, sondern für WireGuard. Fertigstellen. Pre-Shot-Key, Benutzername gibt es alles nicht. WireGuard arbeitet mit Schlüssel. Schlüssel-Pan. Es gibt immer einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. In dem Fall erzeugt jetzt die Fritzbox beide private Schlüssel. Für sich und für das Handy. Deswegen ganz wichtig, diesen QR-Code hier sollte man nicht irgendwelchen anderen Leuten in die Hand geben. Und vor allem auch ganz wichtig, den jetzt abscannen. Weil wenn ihr da später nochmal reingeht, wird ein neuer Schlüssel generiert. Also das haben wir jetzt hier einmalig gemacht. Und jetzt kann ich einfach sagen, super. Da habe ich jetzt also einen QR-Code. Das ist ja mega einfach. Das heißt, ich gehe jetzt also hier einfach in meine WireGuard-App rein. Da ist schon eine Verbindung drin. Ich sage, ich möchte eine neue hinzufügen. Von QR-Code scannen. So. Da gebe ich noch einen Tunnel-Name. Also was erreiche ich da? Das ist jetzt hier zum Beispiel nicht einfach mal Tech. Bei unserem Fritz Tech. Tunnel erstellen. Und da ist er. Jetzt habe ich das Ganze also abgescannt. Deswegen kann ich jetzt auch sagen, jawohl. Ich könnte auch für den PC jetzt die Einstellung herunterladen. Dann habe ich so eine Datei, die ich importieren kann. Hier kommt nochmal der wichtige Hinweis. Habe ich die Zugangsdaten wirklich gesichert? Ja, habe ich, weil sonst wäre der private Schlüssel im Zweifel weg. Also kann ich sagen, ja, bitte weiter zur Übersicht. Und dann brauche ich jetzt hier nur noch aufbauen. Einfach hier einmal rauf tippen und das war's. Die Verbindung steht. Das heißt, jetzt ist mein Smartphone mit diesem Fritzbox-Netzwerk verbunden. Ich könnte also auf die Fritzbox zugreifen. Ich könnte, wenn ich auf den Notebook irgendwas freigegeben hätte, zugreifen. Dann auf vielleicht einen NAS-Server, was auch immer. Also habe ich jetzt die Möglichkeit, alles Mögliche im Heimnetz zu schalten und zu walten. Also VPN, es gibt nicht nur eine Möglichkeit. Es gibt mehrere. Was jetzt für euch der richtige Weg ist, müsst ihr einfach gucken. Wenn wir nochmal reingucken, ob wir sagen, wir machen hier VPN mit WireGuard, VPN mit EpiSec, ob ihr so zwei Boxen verbinden wollt, für unterwegs zugreifen wollt, ob ihr eben die App nutzen wollt, was super einfach ist. oder den vorhandenen Client, der in iOS schon drin ist. Das ist wirklich, je nachdem, was ihr machen wollt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt sie auch parallel nutzen, natürlich. Ihr könnt in der Fritzbox mehrere VPN-Verbindungen einrichten, auch mehrere gleichzeitig nutzen. Wir haben da keine Lizenzbegrenzung. Also irgendwann wird es wahrscheinlich mit der Bandbreite ein bisschen eng, weil alle müssen sich ja den Internet-Speedern irgendwie teilen. Aber da habt ihr also alle Möglichkeiten offen. Wenn ihr mal noch Fragen habt, rund um das Thema VPN, dann wie immer ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr schon dabei seid, haut gleich ein Abo und eine Glocke rein. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.